Let's rock! Oins! Today I'm teaching you the deadliest self-defense move known to me. Step one is to make a fist, ensuring that your thumb is on the outside of your fingers. Once you're at this point move them slowly from side to side and eventually the momentum will end up with you. Ha ha ha! Was, was, was haben eigentlich alle mit diesem Song? Was ist, was, ich meine, so geil ist der jetzt auch nicht, aber was steckt hinter diesem Meme? Ich meine, das gab's hier sogar bei Sound Park. Bei dieser, bei dieser Trollstaffel! Ping 30? Ping 100? Ja? Kennt man? Ja? Kennt man eindeutig? Mhm, mhm! Hey, I'm gonna see whether I can extract oil from these peanuts. The first thing I did was clean my nuts. Then realized, it won't make a difference since I'm gonna discard the solid. So I dump my nuts into the blender, skin and all. Das hätte ich jetzt nicht mitbekommen, wenn das da nicht gestanden hätte. Meine Fresse, warum? So was habe ich auch mal probiert bei GTA. Ich bin immer gegen eine Wand geknallt und gestorben. Ja, so ungefähr zog ich auch. Das ist toll! Die sind kaputt. Die sind nicht funktioniert. Woaa! Oho! 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 Das ist nicht abgesperrt! Gerade hat es nichtrede! Oho! Viest eine WYSS, damit er wir beide veces Baby positionsiert! Die Torolühe ist riesig, die zu Konkurrenze vorgeht. Junge, die gehen gleich auf Volleisen hier. Oha, Alter. Ich will das auch können. I'm going to die for you. Ey, y'all, come look at this. Oh, fuck, Alter, voll die Idioten, ihr Schreppert. Oh, scheiße, dame, Junge. Look at this dude. Wie zockt er? What the fuck? So, if you're a fan of Super Mario, you need to get this leg. Oh, yeah. It is absolutely loaded. Yeah, ha, ha, ha. What? Say the end word I must. You can't say that word, Yoda. Yes, I can. You will... Also, wenn das weh tut, hatte Schmerzen. Wait, wait, go, go. Oh, God. Jesus. Das ist... Das ist... Ja, jetzt fällt mir erst auf, dass dieses Spiel leicht zweideutig ist. Oh, oh. Ich, 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 ich... Ich muss das nachher spielen. I'm literally having a seizure or something. Hey, where's my invitation? Wie ein... Oh, oh. What? What? I'm trying to get this happen. Let me try, let me try. Okay, das... Haha, wie toll! Coole Rucksack, ich will auch so einen. Genau. 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 Oh, Kirby hört? Alter! Ja gut, aber easy. Außer man bleibt stehen. Was für ein geiler Effekt, Alter. Genau so denke ich mir das nämlich auch immer. Tut das den Pokémon nicht weh, wenn du den einfach so einen Ball auf die Nase fährst? Naja, jetzt sterben sie erst recht alle. Ja, ist klar. Warum? Warum? Das ist doch kein Pokéball. Das ist ein Pokéschläger. Alter. Oh, ne Kottwoll. Genau, man kennt das. It's really hard to say, but if you get it on the right angle, Sissy, thanks to all the fans. Let's see. Get it. What? Oh, nein, 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 nein. Oh! That's hot. If you had 24 hours with me and I couldn't say no, what would we do? Youngin, we're going fishing. Das Ende perfekt, man kennt das. Oh, son of a bitch, son of a bitch, son of a bitch, gun. You thought I was going to say yes, son of a bitch, didn't you? Jetzt hat er es ja trotzdem gesagt. Will you shut up? I'm taking a piss. Hey, wozu braucht er? He's dashing. He's so handsome. Hey, you two should kiss. Oh. I don't know, what to mind, I'll mind this anyway. Oh, I can't even hit my fingers. Mamma mia. You horny jail. Youngin, what is that for a bitch? This guy is tiny, he must be a dwarf. Sorry, I'm not interested in being friends with midgets. Oh, don't you dare to. Wow, what an asshole. The comments under this video have been distasteful, disgusting, and I'll write this down. Oh, there should know where to hide and change your... Mamma mia. Okie dokie, letcha go. Whoa. What's the doi- Alright, mother fucker, so a couple weeks ago I shot the dog that lives across the way. Thank you, thank you, thank you. I know it's pretty progress. What the fuck is this? Dream, Dream's supposed to be the top and George is the bottom. So much to answer. Was zum Teufel geht hier ab, alter? Mamma mia. Oh, that doesn't go to the grass now. Boah, verdammt. Boah, verdammt. Boah, verdammt. Scheiße, alter. Der braucht dann jedes Mal einen neuen PC, wenn Mario reagiert. Kommt, alter. Das ist ein geiles Video. Die sind irgendwie alle total verrückt, wenn Mario irgendwo drauf reagiert oder irgendwas spielt. Die sind immer total durchging, alter. Bis zum nächsten Mal.